Hallo zusammen, ich bin Katharina Schönenberger, ich bin 19 Jahre alt, ich komme aus Wattwil, ich schaffe ein Gros Reservoir d'Regats als Gummiduguse. Mich hat motiviert, an dem Wettbewerb teilzunehmen, dass es um Fleisch geht, vor allem Burger. Ich liebe Fleisch, ich liebe Burger. Ich möchte den Wettbewerb gewinnen, weil es einen sehr coolen Preis hat. Zum einen ein Praktikum beim Stefan Bier und ein tolles Preisgeld und weil ich zeigen möchte, was ich kenne, dass auch diejenigen, die mir geholfen haben, dass sie sehen, dass es das Werk war. Mein Burger macht aus, dass er sehr saisonal und regional ist. Ich bin Köchin geworden, weil es der beste Beruf ist, der es gibt. Ich wollte schon immer kocht werden, schon seit ich klein war. Zuhause habe ich immer viel gekocht mit meiner Mutter. Wir haben einen grossen Garten und so bin ich komplett mit der Aufgabe. Ich kann mich gerne von meinen Mitarbeitern inspirieren, von Fachbüchern, von Social Media, von möglichst vielen verschiedenen Sachen. Mein Lieblingsfleischstück ist Roastbeef mit Filet, also T-Monstake. Was ich aber auch wichtig finde, ist, dass man das ganze Tier verwendet, also Nose-to-Tail. Da gibt es etwas ganz cooles, und zwar auch Aorta, die Hauptschlagader von einem Tier. Den kann man dünn aufschneiden und frittieren, so wie Pulpo, Tintenfisch. Das ist sehr fein. Ich koche mit Schweizer Fleisch, weil ich es wichtig finde, dass man auf Qualität und vor allem auf respektvollen Umgang mit dir achtet. T-Bone Steak. Alles. Voll cool natürlich. Bratwurst, ganz klar. te Atria före. Höhe. Das Messer. 五annen shoppy auf call